Markus Gold, geboren am 16.04.2014, Stammt 1.46, der Züchter von Rath-Politik, Tirol-Österreich, in der Raufkahn, aus der Raufkahn, mit Büsse, im September 2016, der Rüsterhandler gehört, Stammt 1.46, der Raufkahn, mit Büsse, im September 2016, der Raufkahn, mit Büsse, im September 2016, Stammt 1.46, der Raufkahn, mit ganz viel Bewegungspotenzial ausgestattet und viel Kraft aus dem Hinterrhein, gezogen über Strahlen des Wolfgang des Alpenstein, hundert, Adam, der Vater, Büsse, bei Unaufstellung im Mai, mit 2.10, mit Heinz Langweihn, mit 2.10, Vierter bei der Führung und in 2.04. Genau, Jerudemann, wie er in die Pflichtkommission Ich wünsche Ihnen heute ein Gemahler.